Die Basketballer von Brose Bamberg haben angeführt von Aufbauspieler Thierrys Reis das Viertelfinale der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Federico Perego gewann das Achtelfinalrückspiel bei Banvid Banthirma aus der Türkei mit 88 zu 85 und 86 zu 40. Reis erzielte für die Oberfranken überragende 32 Punkte, Augustine Rubic steuerte 14 Zähler bei. Stärkster Spieler bei Banvid war Jordan Morgan mit 23 Punkten und 14 Rebounds. Auch im Hinspiel hatte sich der frühere deutsche Serienmeister knapp durchgesetzt, 81 zu 79. Im Viertelfinale trifft Bamberg auf Titelverteidiger AEK Athen. BBL-Kontrahent Alba Berlin steht unterdessen durch das 79 zu 75, 36 zu 39 gegen Juni Kaya Malaga aus Spanien im dritten Spiel der Viertelfinalserie Best of Three im Halbfinale des Eurocups. Das Viertelfinale im FIBA Europe Cup erreichte es Oliver Würzburg durch ein 94 zu 90, 41 zu 48 gegen Otto Dorsarato, Russland. Dagegen schieben die Telekom Basket Spawn im selben Wettbewerb durch ein 69 zu 81, 34 zu 37 bei Alba Fiala in Ungarn aus. Dagegen schieben die Telekom Dagegen schieben die Telekom Dagegen schieben die Telekom Dagegen schieben die Telekom